Guten Tag liebe Zuschauer. Jetzt kann ich richtig lachen, weil meine Zähne mit Implantanten habe ich in Istanbul bei Dentapol fertig gemacht. Seit 2017 meine Familie, also mein Mann und ich, haben wir erfahren, also Empfehlung gekriegt, dass in Dentapol, internationales Klinikum in Istanbul. Und mein Mann seit 2017, 2018 hat Zähne gemacht, Vollmond, also unten und oben. Also günstige haben wir nicht gekriegt. In Deutschland, in anderen Ländern, in Europa. Aber wir sind zufrieden und endlich bin ich auch fertig. Ich wünsche und empfehle dieses Klinikum, weil Sauberkeit, freundlich. Die Ärzte sind so aufmerksam, viele Aufmerksamkeit habe ich gekriegt. Und Transfer, alles ist gut. Ich wünsche alles, alles Gute. Dankeschön.